Hier ganz kurz gezeigt, Helligkeit und Kontrasteinstellungen. Dazu klickt man hier auf Farben, dann hier Helligkeit, Kontrast. Dann geht hier ein Fenster auf. Der erste Schieberegler, der regelt die Helligkeit. Wenn ich also nach links das Ganze ziehe, wird das Bild dunkler. Wenn ich es nach rechts ziehe, ist es heller. Und unten haben wir den Kontrast, also Übergang, dunkle und helle Flächen. Die werden hier entsprechend verändert. Wenn ich es also jetzt nach rechts ziehe, den Schieberegler, dann wird dieser Kontrast erhöht. Also hell-dunkel wird dann immer stärker voneinander abweichen. Während wenn ich das nach links ziehe, dann dunkelt das Ganze Bild entsprechend nach, weil praktisch die Übergänge von hell nach dunkel immer weicher werden. Wenn ich jetzt eine Bildoptimierung erzielen möchte, dann muss ich mich hier ein bisschen mit dem Schieberegler spielen. Also ich kann schauen, dass ich hier einen stärkeren Kontrast erziele und dann vielleicht aber auch das Bild ein bisschen dunkler mache. Und so habe ich jetzt praktisch das Bild optimiert. So war das Bild vorher. Und so ist es jetzt. So.